um oder so er wird so bis das Brust und zurück nun aber zum Beispiel Schreiner der Begegnung da erkennt er sich als Schraubchen die Klinik die Klinik und kommt mit den Zombies und Wünschen für Brennern das wird auch brennen für Brennen erst mal und so hat die Hälfte Wechsel der Bieter das nicht wahrnehmen ein Teil der Verräter und auch die Verräter auch also zwei Herzen zwei Wunder und der Opel kann ich mich irgendwann was man kann okay dann ohne mehr Eisen und noch mehr Stickies am besten diesmal ich mache am besten Steinschatz am besten Stein nicht Eisen was er scharfelt das kostet ein Eisen Schatz ganz ehrlich das kostet ein Eisen noch lediglich aufhörte und genauso viel mehr wer so hat auch hier ist ein und 6 und 3 sie haben noch nicht sein ich habe mal die er die Mannschaft auflauf Prozent schnell ich hatte doch den Kursus abgegrägt hat wenn damit einmal sagt er es macht es drei Brücke weg ich weiß wohl öfter um Loll level 30 habe ich jetzt so wo sind die seien zu stecken ist alter in der einen kiste die ich da gebaut hat auch so wenn ich werde heute aus die das war auch unbedingt eine Schauer der Expekte nur nicht nur mit die Leute sollten so aber aber Loll kann ich sagen das finde ich Loll Eichel wecken oder es wird schon wieder dunkel Prozent ich hätte noch gar nicht fertig gebaut und wir machen so ein bisschen viel Rätsel ist eben wegen der Kanzler Tag noch auf als Einstieg nein es wird schnitziert hat eingestellt haben schon gemacht markt ich sehe das ja auch überhaupt nicht nur draußen stehen hier und sehe nix weil es so dunkel ist die weil wir kurz pennen gehen allesamt Prozent ich baue draußen weiter ne das geht nicht dazu muss auch nicht hin ich bin ausgeschlossen ja ich habe nicht ich kann nichts sehen so und für die Aufnahme ist das scheiße weil die Aufnahme braucht Licht nicht Schellanscheinwerfen Reiters hatten eine Fakte viele gut in die Meint er kann man weiter auf die Mann zurückgehen es gab zum Spürnase und er ist nur und ich dachte wir gehen es bleibt jetzt bin ich extra nach Hause gekommen ja ich war auch extra zu Hause jetzt kann man auf der Mann er liegt jetzt bett und weint nun setzt was oder Marken ich baue für sieben Monate im Keller aus ja was sind alles Beschäftigung machen wie viel muss er denn noch weg Alter schon ein Stückchen wir sagen ja mal erlass es mag man weiß nicht so langweilig nein ich will auch nur so was machen ich habe voll egal ich auch mit Effizienz 4 ja dann geh irgendein was muss noch weg Alter ich mach mit gar nichts was weg Alter ist alles fertig schon Alter wie viel muss er noch weg ich sehe nichts ich kann keine Aufnahme machen im Dunkeln habe ich gesagt ja aber bitte die Innenseite hier also nur bis zum Stein auf der gleichen Höhe die ganze Zeit Alter übertreibt man nicht Game Mode Style Alter Vater ja so was macht ihr alles ein paar Sekunden weg soll ich Alter gib mal her ich will alter das ist für geil ich die Aufnahme gemerkt nein die mal her jetzt alter nämlich der spielte Klicks hat weiter und für eine Halbbarkeit drauf das heißt Schnellmarsch k mag das gibt ein bisschen zu leist ein Kram da Romar bin ich muss mit welcher etwas auf die sind die erbauten wird dort steht und was in ja irgendetwas ist eine Worte mit dem Tastau die das heißt doch ich habe jetzt einfach rein mit der Kackschaufel weiss du, wie ich draufbauen könnte, wenn du das geworfen hast war da wird sie wenig schiefen machen würde das erwartet mal mal wenn das weiß sie eben ein bisschen fehl alter nein nein auch ein Schock alter Prozent ist er wollte ich das gerne dass es jetzt auf der anderen Seite auch so aussieht das heißt theoretisch müsste es eigentlich entweder nachbauen ja auch genug steinern und nehmen wir hatten das muss von uns und müssen aber ich muss es mal stein und Erde wegpacken und herr blöde Spitzhacke weil ich nicht in die Steinkiste gucken machen wer hat man hier ist es genau sollte ja okay er ist noch zu mir aber stein ist trotzdem übelst die Tieren muss ich nicht so gut neil von Stein und Erde auf jeden Fall nichts so noch was nirgendwo nirgendwo die Porto Schaufel ist da so man nur kurz das das Zeug was herumliegt das wird ein Keller er hat es wird so ein bisschen so mehr der Eingang zu der zu der Mine ja und teilweise Keller wenn ihr wollt können wir hier unten dann das äh Portal rüber setzen auf dem Portal sowieso es total herunter tun damit man nicht mal hochlautschen muss ja aber das geht ja sowieso nicht als von dem her ist es irgendwie sinnlos wir gehen ab sofort immer mit wort nirgert ins netter d d an die Schimmel die achten muss doch noch abbauen es sind ein d Prozent aber nach dem Sand gebrannt Null wie gesagt hat gesagt warum Proof und Bernden Sand bitte und das war schockiert wegspieler er mag ich er hat sich vor allem die Frau geschwärter so schatz was hältst du davon ich würde das so lassen ich will da kein fähig passt ja nun muss es jetzt noch an den beiden seiten gleich bauen und das mache ich dann ja nur könnte mit der Astrid bei der Gruppe und wir haben das in die Luft ja die ruhig leben noch zum Viertelherz ich liebe gerade noch so das ist riesig m da standst du was die Blasen als er aus dem Freier hat er zu bauen auf der Ecke standst ja da geht dort nicht was passiert wenn ich verspäckte mache auch nur Prozent Kohl am letzten Punkt oder war es mit Schleswig ja ich weiß aber ich habe gedacht ich will mit etwas woanders man mag das Gold auf und ausgenommen zweitmann geholfen da ihr schluckst schaum ist in Kohle Rhein da ist schon Kohle drin die Liga hat es doch noch mehr drüber Mio müssen ein bisschen aufteilen hier war ich hab hier und es noch mehr gebaut noch mehr was ich will hier oben gerade noch zwei ich mache hier um gerade noch zwei Übungen es ist wirklich notwendig eigentlich nicht wirklich nicht im Gericht das ist nicht möglich die dann alle in Worte kommen dann auch und nun der und wird dann auch noch nicht erst in den Geburt Rambus Kammer abgebaut wir haben schon er hat das ist ein Konzept um uns aus Reinhauen 4 6 also 4 6 dabei das ist 6 nein aber er ist das neue Anruf gefüllt der Kuhler hat da reingepackt macht einfach ein halbes Deck und 1 6 Sand also halbes Deck oder 1 6 Sand ich gehe noch mehr Sandform du bist Kohleform Gesamtform du gehst gut nur Kohle hätte ich schon genug holen können bestimmt noch so zwei Stacks hätte ich dabei gehabt aber dann auf ja ich finde das Teil nicht mehr Alter ich auf Kuh fettes Vieh mhm so immer schön Facebook schlecht werbung ah da ist die Wüste ich würde sagen äh Marvin hast du die Skelettsborn gefunden ne mit solchen Zeigen Prozent ich weiß noch nicht du kannst du das Borda mit Skelett bauen oh das wird es zu schwer ich weil die Schüsse nicht in Ordnung ach so mag du meintest doch ein gekämpft du weißt du wie man sich in der Träck Niemann dieses Marktbauen Monat den Skelettensbonat das ist das Marktbauen er schaut mit der Axt Karte die Leiterbaut er schaut euch jetzt ins Bett vorhanden Mieter das war in der in der ja schön so haben jetzt die Pien oder was was soll ich die Hinten gehen durch die Hinten dazu ist doch okay müssen der Weg okay danke zu tun die brauchst du Prozent Prozent er heißt nicht abgeschafft obwohl doch über die Ereignisse ausgespricht ja ich habe die Frau zu der Wüste oder wie das ist das Wort und so und ich glaube in der Wüste er wird sicher nicht oder weiter die Versammlung Ich glaube, wir haben am Ende am meisten Sand. Ich habe allein jetzt schon ein, zwei, drei, vier, fünf, fünfeinhalb Stacks. Ja, es reicht, es reicht. So viel wir unten noch haben. Wir brauchen ein klein bisschen Vorrat. Nur ein paar Stacks. Ich laufe einfach durch. Okay. Oh, Lover sind mit dem Nichtpack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 3. die 3 6 7 mal ab der schon mal eigentlich älter die Söder mieten da in Sand die haben wir schon mal gefunden aber ich habe noch nie die Säbz Dungel Templer gefunden nicht schon das war ein Dorf und wir haben selber alle hätten sie sind aufgefunden er hat erweiten dort nein die müssen mehr da haben nein die haben nur ein bisschen kleines Dorf wir haben nur Weizener und ja mindestens zwei zwei Dings nein eins und eine Schmiede und also insgesamt zwei Gebäude eine Schmiede ein Brunnen und ein Ding Marvin ja weißt du wie man Gitter macht ja äh welche Gitter? 6 1 Gitter ja du hast 6 Eisen 6 1 so wie Zaunbaum Aachen Diagra ich kann mir sogar ein oder zwei mitbringen wenn du willst nö nö bin schon dabei oh Baby Zombie aber kein Baby Diagra ich hab jetzt ja öffnen sollte mitnehmen hau rein regnet es jetzt oh ne das regnet scheiße ha ich bin in der Wüste ja du bist ja auch in der Wüste ha ich bin in der Wüste ja du bist ja auch in der Wüste so wie war das mit dem Zaun noch mal so genau Alter bekommt man 16 Stück von krass ja ich hab noch zwei für dich wenn du willst nein oh fuck alter spinne vier Zombies davon zwei vier Gras äh ich hab hier neuen Schacht für dich mal haben willst du? wie neuen Schacht? äh neuen Tunnel halt neuen Mancroft Schachter du meinst äh verlassene Mine nein keine Minen Tunnel einfach nur so ein Gang ja ich weiß nicht wie weit der TTIG geht durch oh Scheiß Creeper ich weiß nicht wie viel geht willst du? von mir aus gleich oh Alter ich hab grad noch ein kleines bisschen am Sand fahren sag mal die Kürbersdorf sie oder so da alle hinter mir und ich geht gar nicht die Frontdorf im Falle hier ist heißen scheiß Babyzombie scheiß normaler Zombie Auer es ist nicht lange Mabel kann ich auch ab heute habe ich hab nicht mehr zu spitzern da wenn ich mir sagen ich bin so ließ 7 Stück meinen erstens schönen Kollegen ok um da einmal so dahin schatz ich brauche jetzt ein kaktus ich habe 13 ja einer reicht Schnell steht e Moner Wolf der erste Platz es reicht aus mehr stilte hier und dann ein Blitz ja 10 Sand und 13 Dinger nur 10 Sand er hat nicht steckt so einfach 10 Sand ja das ist mir klar deswegen ja nur 10 Sand und es reicht nicht ob es ein und sand und wir sagen das war nicht und ich nicht aufbauen Prozent wie viel wie viel sagt man mich nicht Prozent ist der Kaktusse du hast 13 okay perfekt ich dachte schon dass ich es ist Sandstein das ist und vorhin weiter hat ein paar die mich aber auf so als Worte müssen durch Blut ob ich den jetzt da bauen kann so wie die Krüter wollen kommen und erinnert